Hallo und herzlich willkommen zum 139. netzpolitischen Abend am 3. September, einer lauschigen Sommernacht mit einem lauschigen Publikum. Und meine erste Frage ist, wer von euch war im Urlaub außerhalb von Berlin-Brandenburg? Ja, wo warst du? Schweiz? Mecpom? Da hinten? Einfach mal reinholen. In Bonn? Nein, auch in Mecpom. Auch in Mecpom, scheint beliebt zu sein. Hier hinten noch jemand im Urlaub gewesen? Ja? In Lübeck. Das ist ja witzig, weil ihr seid dann alle so wie die deutschen Politiker eher in Deutschland unterwegs geblieben. Das, was man kennt, das, was bewährt ist, war schön. Wo genau die hingefahren sind, wollten sie allerdings nicht sagen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass keiner von ihnen nach Afghanistan gefahren ist. Das werden wir später noch erfahren, warum. Ja, man könnte sagen, der Urlaub war schön, wir sind alle erholt und sind bereit für den neuesten, ich nenne es jetzt mal Abfack, ist ja nach 20 Uhr. Dann, während das Parlament geschlossen war oder in der Sommerpause war, sind trotzdem viele Sachen passiert. Zum Beispiel geht es direkt mit der Chatkontrolle weiter, wo der Rat der ständigen Vertreter morgen über den Vorschlag der Ratspräsidentschaft abstimmen wird. Ihr wisst ja, was die so wollten, es war nicht für Datenschutz gemeint. Dann hatten wir irgendwas in Solingen und schwupp gibt es ein paar Sicherheitspakete, die jetzt parat stehen, die dann direkt eingeführt werden können. Dass jemand sich wehrt oder dagegen vorgeht, ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil wer will schon die deutsche Sicherheit gefährden? Was jetzt im Angebot ist, ist zum Beispiel die endgültige Aushebelung des Asylrechts durch so Sachen wie Gesichtserkennung auf Bundesebene. Feser will heimlich in Wohnungen Staatstrojaner installieren lassen. Das heißt, das Neue daran ist, dass es heimlich ist, dass man in die Wohnung geht. Remote haben sie es anscheinend noch nicht hinbekommen. Und auch Spranger, Berliner Innensenatorin, sagt, Zitat, wir werden die Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin ausbauen und mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz kombinieren. Ob wir dies zur Identifizierung von Straftätern nutzen können, werden wir überprüfen. Das ist doch super. Tolles Zitat. Ich kann nochmal auf den letzten NPA hinweisen, wo alles noch schön war, da wurde gegrillt und genetzwerkt. In einem Jahr gibt es den dann wieder. Genau, jetzt eine Frage, was haben 3.500 Euro eine Maschinenpistole, Polizeiakten, ein sichergestelltes Fahrrad und Haschisch gemeinsam? Das sind alles Dinge, die in der Asservatenkammer in den letzten drei Jahren verschwunden sind in Schleswig-Holstein. Genau, Dinge, die nicht so leicht verschwinden können, aber dennoch überall auftauchen können, sind Kryptowährungen. Und das hat auch die dunkle Seite der Macht erkannt. Und viele findige Geschäftsleute, die nicht so sehr scharf drauf sind, Steuern zu zahlen, lassen sich auch ein Bitcoin bezahlen oder regeln ihre Geschäfte damit. Und so ist es dann auch, dass die Polizei bei ihren Ermittlungen immer häufiger auf Bitcoins stößt, die sie dann halt in ihre Asservatenkammer tut und dann später der deutschen Justiz übergibt. Da hatten wir dann letztes Jahr von der Verfolgung von Chipmixer 44 Millionen Euro in Bitcoin. Anfang des Jahres gab es bei der Durchsuchung von Movie 2K2O in Sachsen 50.000 Bitcoins, die gefunden und beschlagnahmt wurden. Will jemand raten, wie viel das ist in Euro heute? Ja genau, 2,6 Milliarden Euro und eine Milliarde Euro sind 1.000 Millionen Euro, also sind es 26.000 Millionen Euro. Ich habe keine Ahnung, ist es sehr viel auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was macht man jetzt damit? Ja, verkauft man die, behält man die? Und Marie Bröcklin wird uns jetzt darüber erzählen, über dieses beschreibte Kryptogeld. Sie ist Datenjournalistin, hat die letzten zwei Jahre in Hongkong verbracht und berichtet unter anderem für NBC und ZDF über Themen wie staatliche Überwachungsstrategien, Polizei und das politische Leben in China allgemein. Marie Bröcklin, bitte. Vielen Dank für die tolle Anmoderation. Genau, mein Name ist Marie Bröcklin. Ich bin Journalistin und spreche heute Abend über, was die deutsche Justiz eigentlich so mit beschlagnahmtem Kryptogeld macht, wenn sie es hat. Und dieser Vortrag oder diese Recherche ist entstanden im Rahmen von einer Residency, die ich gemacht habe. Und zwar im April diesen Jahres war ich in Darmstadt. Da gibt es ein Programm, das heißt Mercator Journalist in Residence. Die laden Menschen ein, Journalistinnen und andere Menschen da, einen Monat zu verbringen und zu solchen Themen zu recherchieren. Und ich bin da hingegangen mit der Frage, was hat es eigentlich mit diesen Schlagzeilen auf sich, die ich immer wieder gelesen habe. Du hast es ja auch gerade angesprochen in der Moderation. Immer wieder in den letzten Jahren haben wir diese Rekorde gesehen. Also 2023 war Schlagzeile Rekord. BKA hat Bitcoins im Wert von 44 Millionen Euro konfissiert. Und dann nur ein halbes Jahr später direkt der nächste Rekord. Und das BKA hat eine noch höhere Summe an Bitcoins konfissiert. Und dazwischen ganz, ganz viele Rekorde, die teilweise auch nicht berichtet werden, weil diese Sachen gar nicht immer so groß in die Öffentlichkeit getragen werden. Das sind auch nicht nur Bitcoins, sondern auch andere Kryptowährungen, die immer wieder im ganz großen Stil von verschiedenen Polizeien beschlagnahmt worden sind. Und ich bin also losgegangen letzten April und habe mich gefragt, was sind eigentlich die Geschichten dahinter? Also was passiert da im Detail? Wie läuft sowas ganz konkret ab? Wie wird sowas eigentlich tatsächlich beschlagnahmt? Und was passiert dann damit, wenn es erstmal bei der Polizei ist? Und wie das sehr häufig ist, wenn man zum Thema Polizei oder irgendwas, was mit der Justiz zu tun hat in Deutschland recherchiert. Es ist in jedem Bundesland anders. Jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln und auch seine eigenen Statistiken. Also ein Ziel, was ich während dieser Residency hatte, war zum Beispiel, so eine vollständige Statistik zu erstellen. Wo gibt es wie viele Kryptos? Und das war, also ich habe eine Statistik erstellt, die werde ich auch am Ende zeigen, aber ich konnte sozusagen keine vollständigen Zahlen bekommen aus allen Bundesländern, weil immer wieder die Antworten kamen, wir wissen es auch nicht. Oder wir haben diese Zahlen nicht, weil das in dem Maß nicht erfasst wird. Das heißt, wir wissen aber, immer wieder werden große Mengen Kryptos in Deutschland sichergestellt und dann sind die bei der Justiz. Das heißt, die Frage ist, was sind das denn für Fälle? In welchem Zusammenhang tauchen denn solche Kryptos auf? Und das ist jetzt keine abschließende Liste, aber das ist sozusagen das Ergebnis von vielen Gesprächen, die ich geführt habe mit Menschen, die bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei arbeiten. Und das, was mir dort berichtet wurde, war, dass es ganz, ganz häufig auch Beiprodukt ist. Also die Polizei oder andere Behörden ermitteln in Fälle von ganz häufig Drogen oder eben Darknet-Handel. Da gab es diesen ganz großen Fall Wall Street Market, habt ihr vielleicht gehört, oder Hydra Market, zu der Zeit einer der größten Darknet-Plätze weltweit. Betrug Geldwäsche, das war dieser Chipmixer-Fall, der eben auch schon angesprochen wurde. Und eigentlich, das sind der Großteil aller dieser Fälle, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und ganz selten sind es andere Bereiche oder andere Straftaten, in denen Kryptos sichergestellt werden, die ja auch denkbar wären. Also sowas wie Terrorfinanzierung, Sanktionen, vor allen Dingen jetzt zuletzt, wenn wir an den Russlandkrieg denken, Kindermissbrauchsdarstellung oder alles andere, was in dem Bereich anfallen könnte oder Schadsoftware. Genau. Und ich glaube, also das eine könnte sein, dass da einfach weniger Kryptos auftauchen oder dass sie während der Ermittlungen da halt nicht gefunden werden oder da weniger intensiv danach gesucht wird. Genau, weil die großen Fälle, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, waren auf jeden Fall vor allen Dingen Darknet-Handel und Drogen und Betrug, wo Kryptos im großen Stil sichergestellt worden sind. Dann war die Frage, also so ganz praktisch, wenn jetzt die Polizei ermittelt und sie finden jetzt Menschen und vermuten, da sind Kryptos oder haben Hinweise darauf, diese Menschen haben irgendwie ihren Reichtum nicht nur in Immobilien oder Schmuck oder Autos oder anderen Wertgegenständen angelegt, sondern eben auch in Kryptowährungen, dann ist die Frage, wie kommen sie denn jetzt da dran? Weil anders als Bargeld kann man es ja nicht einfach bei einer Durchsuchung sicherstellen bei der Person zu Hause, sondern man muss es ja irgendwie rankommen. Und das Erste, und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, war, dass ErmittlerInnen mir immer wieder erzählt haben, dass es ganz viele und auch einige von diesen ganz großen Fällen gab, wo die Beschuldigten das freiwillig übergeben haben. Also in dem Moment, wo die Ermittlungen gegen sie stattfanden, sich dafür entschieden haben, häufig mit der Hoffnung auf Strafminderung das dann rauszugeben. Das war, ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine bei dem Movie 2K.T.O. Fall zum Beispiel so. Das andere ist, das fand ich auch sehr amüsant, ist, dass einige ErmittlerInnen berichtet haben, dass sie teilweise einfach die Seed Phrase finden. Also Menschen entscheiden sich dann ja doch, die Seed Phrase nicht nur im Kopf zu behalten oder irgendwo verschlüsselt aufzuschreiben, sondern dass Menschen das tatsächlich irgendwo physisch aufgeschrieben haben. Also sowas wie ein Notizzettel oder ein Ermittler hat erzählt, ganz häufig in der Foto-App auf dem Handy, dass sie dort dann letztendlich die Seed Phrase gefunden haben. Also es ist doch bei der Durchsuchung entweder im Haus oder auf technischen Geräten gefunden werden kann und damit dann Zugang sichergestellt werden kann. Und das Dritte, und das ist ganz wichtig oder auch bemerkenswert, wenn wir über Kryptowährungen generell reden, dass auch Menschen, die Straftaten begehen oder in einem illegalen Bereich unterwegs sind, also ganz gezielt eigentlich versuchen, ihre Spuren zu verschleiern, mittlerweile häufig Kryptos doch auch bei Kryptoverwahrern erwerben oder zumindest genau da auch tätig sind. Das heißt, eine Möglichkeit, die die Polizei und die Justiz auch haben, ist Transaktionen halt so lange zu verfolgen, bis sie bei einem Exchanger landen und dann dort die sicherstellen zu lassen. Und diese Möglichkeit gibt es nur, weil so viele Menschen mittlerweile Kryptos über Kryptoverwahrer kaufen und eben nicht mehr selber, so wie ja der ganz originäre Gedanke von Krypto mal war, auf die Blockchain zugreifen. Und diese Möglichkeit besteht vor allen Dingen in der EU auch, weil hier Krypto-Exchanger von der Geldwäscheaufsicht bewacht werden. Also in Deutschland ist es die BaFin. Das heißt, diese Kryptoverwahrer müssen mit der Justiz kooperieren. Die haben gar keine anderen Möglichkeiten oder es ist auch in deren Interesse, weil sie sonst ihre Zulassung in Deutschland verlieren würden. Und was Ermittler mir gegenüber auch berichtet haben, war, dass das sogar teilweise im außereuropäischen Ausland funktioniert. Also dass sie teilweise Rechtshilfegesuche gestellt haben an Kryptoverwahrer in Belize beispielsweise oder in anderen außereuropäischen Ländern. Und sogar da die Kryptoverwahrer teilweise mit der deutschen Justiz kooperieren und die Vermutung ist, dass diese Verwahrer solche Angst vor Geldwäscheermittlungen gegen sie haben. Dass sie lieber kooperieren in solchen Fällen und mit den Behörden zusammenarbeiten, als das zu riskieren, dass irgendwo Ermittlungen gegen sie aufgenommen werden. Das heißt, jetzt gehen wir davon aus, es gibt oder die Fälle, die wir berichtet sehen oder von denen wir hören, sind ja die Fälle, wo einer dieser drei Wege Erfolg gebracht hat. Also die Justiz hat es entweder geschafft, dass die Beschuldigten dasselbe herausgegeben haben. Sie haben die Passwörter gefunden oder sie konnten es bei einem Verwahrer einfrieren lassen, der wiederum das dann an sogenannte Behördenwallets überstellt, die von der CITES eingerichtet worden sind in den letzten Jahren. Es gibt aber ganz, ganz viele Fälle und das ist natürlich als Journalistin total spannend, wo das nicht funktioniert. Das haben auch alle Polizeien gesagt. Es gibt Fälle, wo es Ermittlungen gibt, wo auch der Verdacht besteht oder ziemlich klar ist, dass diese Menschen ein großes Vermögen in Kryptowährungen haben und diese Menschen es aber erfolgreich schaffen, das nicht rauszugeben oder da nie Zugriff erlangt wird. Und mir gegenüber hat das jemand verglichen mit so der ganz traditionellen Schatztour sozusagen. Da ist es auch denkbar, dass jemand tatsächlich in Haft geht für was auch immer gegen ihn ermittelt worden ist und dann aber, wenn er aus der Haft wieder rauskommt, halt zurückkommt und sein Schatz sozusagen oder ihr Schatz immer noch da ist. Genau, da haben mehrere Menschen mir auf jeden Fall gegenüber berichtet, dass das ein bekanntes und wiederkehrendes Problem ist, dass diese Zugangsdaten einfach nicht aufgefunden werden. In den großen Fällen in den letzten Jahren ging es ganz häufig um Bitcoins. Das ist auch definitiv da, wo das meiste Geld gemacht worden ist. Aber es werden auch ganz viele andere Coins sichergestellt. Und das ist insofern interessant, als dass die Ermittler, und das ist jetzt gleich der nächste Schritt, wenn es um die Frage geht, wie verkauft man es denn, oft sagen, dass Bitcoins natürlich das ist, was am leichtesten auch wieder zu verkaufen ist. Und sie sich auch immer wieder die Frage gestellt haben, wie sie mit anderen Coins überhaupt umgehen, ob man da überhaupt als Behörde drin auftreten möchte. Also wenn man über Monero oder andere Privacy-Coins redet, ob man da überhaupt mitmischen möchte oder nicht. Genau, also das sozusagen nur am Rande. Jetzt gehen wir also so davon aus, es gab Ermittlungen, Kryptowerte wurden sichergestellt. Die liegen jetzt auf dem Behördenwallet in NRW. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn jetzt damit? Das ist unglaublich viel Geld wert. Und wie ihr vermutlich alle wisst, unterliegt es aber auch enormen Kursschwankungen. Und in letzter Zeit ja eigentlich zugunsten der Justiz sozusagen, dass die Bitcoins immer weiter in Wert gestiegen sind. Das heißt, umso länger, als man es liegen lassen würde und nicht verkaufen würde, umso mehr Geld würde man am Ende damit einnehmen. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen tatsächlich. Also es gibt Bundesländer, die sagen, wir verkaufen immer erst, wenn das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist, weil wir sonst nicht sicher sagen können, an wen das Vermögen dann ja letztendlich eigentlich geht, also wie das Gerichtsverfahren ausgeht. Und es gibt andere Bundesländer, die sagen, diese Kursschwankungen sind uns zu heikel. Wir gehen den Weg, juristisch heißt das dann Notveräußerung. Also wir verkaufen lieber ganz schnell und damit haben wir das vom Hals und müssen keine Verantwortung mehr dafür übernehmen. Grundsätzlich kann man sagen, dass natürlich die Behörden dazu angehalten sind, sie dürfen jetzt nicht an Spekulationen teilnehmen, sie dürfen sich nicht extra zurückhalten, um den Wert zu steigern und sie sollen auch nicht in den Markt eingreifen. Also sie sollen nicht so große Mengen auf einmal veräußern, dass es den Markt stark beeinflussen würde. Aber hinter vorgehaltener Hand habe ich schon immer wieder den Eindruck bekommen, dass es diese Überlegungen auf jeden Fall gibt, dass man schon darüber nachdenkt, an welcher Stelle es natürlich klug wäre zu verkaufen oder ob man diese Regelung nicht doch anpassen sollte, um da mehr bei rauszuholen. Dann das Zweite, das hatte ich eben schon angesprochen, die Schwierigkeit bei, nicht bei Bitcoins, aber bei manchen von den anderen, die gar nicht so leicht zu verkaufen sind, weil auch nicht alle Exchanger, die annehmen oder nicht alle, die verkaufen. Und die dritte Frage, und das ist eigentlich für die Justiz sicherlich mit das Spannendste, ist, Kryptowährung, dadurch, dass alles auf der Blockchain gespeichert wird und alles sichtbar ist, sobald ein Wert einmal im Zuge von einem Ermittlungsverfahren aufgetaucht ist, ist er eigentlich gebrandmarkt. Das ist für alle klar, dass dieser Coin in illegale Geschäfte verwickelt war. Und jetzt ist die Frage, wenn es dann von der Justiz sichergestellt worden ist, also außer Verkehr gezogen wird und dann aber wieder verkauft werden soll, wie macht man deutlich, dass diese Werte jetzt wieder bereinigt sind sozusagen, also wieder auf dem Markt gehandelt werden dürfen. Und da sagen die Behörden, sie sind gar nicht in der Lage, das vorzunehmen, sondern sie sind darauf angewiesen, dass andere mit ihnen kooperieren, dass sie das zum Beispiel an andere Kooperationspartner auslagern, solche, die Trusted Flagger sind, also die diese Berechtigung haben, dann zu anderen Unternehmen hinzugehen und zu sagen, wir haben das überprüft, wir haben die Gerichtsdokumente gesehen und jetzt kann man sicher sagen, damit darf wieder gehandelt werden. Und um diesen Weg zu gehen oder um dann diesen letzten Schritt zu machen und das wirklich zu verkaufen, gehen die Bundesländer natürlich verschiedene Wege. Der Klassischste oder das Erste, was einem einfallen würde, wäre, man kann ja einfach selber auf bitcoin.de gehen und es einfach verkaufen und das machen auch einige Bundesländer. Also unter anderem Bayern hat einfach selber Angestellte, die das dann auf bitcoin.de ganz regulär verkaufen und die sagen, wir brauchen auch kein White Flagging, sondern das sind, bei uns funktioniert das irgendwie problemlos, wir können das selber machen, wir verkaufen das da einfach und nehmen das Geld ein und dann ist alles fein bei uns. Es gibt andere Bundesländer, und da muss man fairerweise dazu sagen, die ja auch mit viel größeren Mengen an Bitcoins zu tun hatten in den letzten Jahren. Das erste Bundesland war Hessen, die gesagt haben, wir können dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Wir können nicht sicherstellen, dass dieses White Listing stattfindet und überhaupt sind wir nicht in der Lage, solche großen Mengen an Kryptowährungen selber zu veräußern. Deshalb haben sie das Bankhaus Scheich beauftragt. Ein kleines Bankhaus in Frankfurt am Main, das diesen Auftrag erhalten hat und damals war man ganz stolz in Hessen und hat auch eine Pressekonferenz gehalten und hat gesagt, das ist einzigartig in der Bundesrepublik diese Art von Kooperation. Was die Kooperation genau umfasst, wissen wir nicht, weil die Verträge bisher noch nicht öffentlich sind. Ich bin dran, aber habe es noch nicht rausbekommen. Andere Bundesländer sind diesem Beispiel gefolgt und kooperieren mittlerweile auch mit dem Bankhaus Scheich. Also offenbar hat diese Bank sich sehr bewährt und ich nehme an, auch für die Bank hat sich das bewährt, dieses Geschäft. Nicht alle Bundesländer wählen aber diesen Weg. Es gibt auch eine andere Bank, mit der Bundesländer zusammenarbeitet, die Futurum Bank, die einen ähnlichen Service anbietet, die also sagt, wir nehmen euch diese Kryptowerte ab und verkaufen sie für euch in eurem Namen und übernehmen damit auch die Verantwortung dafür. Also übernehmen das Whitelisting und schauen, dass hinterher alles so läuft, wie es laufen soll. Einen Spezialfall gab es noch und das war aber eine Einmalsache, die Versteigerung. In NRW hat man 2021 gedacht, wir könnten die auch einfach selber versteigern. Die haben eine Webseite, die heißt justizversteigerung.de, meine ich. und da haben sie die Bitcoins selber reingestellt und haben aber danach berichtet, sie haben sogar sehr gut eingenommen, sie haben es über Marktwert verkauft und haben aber danach gesagt, es war trotzdem eine schlechte Erfahrung, weil sie ganz viele Anrufe bekommen haben am nächsten Tag von Leuten, die Bitcoins ersteigert haben, aber gar nicht wussten, was sie damit machen sollen. Und das hat die Behörde überlastet, deswegen haben sie das wieder aufgegeben und verkaufen jetzt auch auf anderem Wege ihre Kryptowerte. Aber ich finde, was daran, also was Interessantes ist zu sehen, ist genau, wie verschieden diese Wege sind und schon auch dieses Trial and Error, was da stattgefunden hat. Also man hat über mehrere Jahre, der allererste Verkauf in Sachsen hat 2015 stattgefunden, also das ist jetzt schon auch eine Weile, hat man immer wieder verschiedene Wege ausprobiert, um zu schauen, was ist praktisch machbar, was ist rechtlich machbar und wie funktioniert das am besten. Genau, also in Sachsen hat man jetzt schon sehr viel Erfahrung damit und aber auch spannend, in Berlin war zum Beispiel 2024 das allererste Mal, dass Kryptowerte überhaupt verkauft worden sind. Also das ist eine enorme Spanne zwischen den Bundesländern, wie weit die da sind oder wie lange die das schon machen. Jetzt kommt diese angepriesene, unvollständige Statistik. Das war also die Zahlen, die ich von einigen Bundesländern bekommen hatte im April diesen Jahres, die mittlerweile nicht mehr aktuell sind, weil jetzt Sachsen im Juli ja nochmal im riesigen Stil, wie du eingangs in der Moderation gesagt hast, verkauft hast. Das einzige Interessante, was man in dieser Statistik sieht, ist wirklich, wie groß die Unterschiede sind. Also Sachsen ist unangefochtener Spitzenreiter. Niemand verkauft in so einem großen Stil wie Sachsen. Und danach kommt Hessen und dann kommen alle anderen Bundesländer. Aber nahezu vernachzulässigen. Also es gibt krasse Unterschiede, in wie viel Kryptowerte sichergestellt worden sind und wie viel Geld damit eingenommen wurde. Was dazu noch wichtig ist zu sagen oder im Hinterkopf zu behalten, nicht überall da, wo veräußert wurde, also wo verkauft wurde, ist das Geld jetzt sozusagen schon zur freien Verfügung. Das ist das, was ich eingangs meinte mit der Notveräußerung. Also teilweise, wenn wir diese Schlagzeilen lesen von einem Bundesland hat verkauft, heißt das nicht, dass das Geld jetzt einfach ausgegeben werden kann, weil es teilweise noch eingefroren ist, bis dieses Gerichtsverfahren eben abgeschlossen ist. Genau. Und damit bin ich auch am Ende. Das heißt, was sehen wir daraus oder was kommt jetzt? Ich gehe fest davon aus und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es werden immer weiter neue Rekorde kommen. Also auch dadurch, dass die Kryptowerte einfach weiter so stark in Wert steigen, wird ja jede Ermittlung, die zur Sicherstellung von irgendwelchen Kryptowerten führt, einfach enorme Mengen Geld reinbringen. Ich finde es sehr interessant und ich glaube, das lohnt sich auch, das weiter im Blick zu haben, diese Kooperation mit den Banken, wie das weitergeht. Ich würde gerade davon ausgehen, nach dem, was ich recherchiert habe, dass es eher zunehmen wird, dass die Bundesländer sich in der Zukunft immer häufiger entscheiden werden, mit den Banken zu kooperieren, weil das natürlich aus Behördenperspektive der leichtere Weg ist, das aus der Hand zu geben und eine Bank zu beauftragen, die das dann vollständig übernimmt und abwickelt. Und ein letzter Teil, den ich noch hervorheben wollte, weil ich glaube, dass das sehr spannend ist, ist, wenn man sich mit Justiz und Kryptowerten beschäftigt oder Polizei und Kryptowerten, nicht nur im Blick zu haben, wie die eingenommen und dann wieder verkauft zu werden, sondern vor allem diesen Analyseaspekt, der enorm, der gerade sehr, sehr viel wichtiger wird, dass die Polizei immer mehr erkennt, dass man das nicht nur sicherstellt und dann verkauft, sondern daraus halt auch Ermittlungserkenntnisse gewinnt und auch auf neue Spuren kommt. Da kooperieren sie auch mit verschiedenen Dienstleistern und das ist meine Erwartung, dass das enorm zunehmen wird und, glaube ich, auch noch ein spannender Punkt wird in den nächsten Jahren, wer da eine wichtige Rolle spielen wird. Dankeschön. Genau, dann könnt ihr jetzt noch Fragen stellen, allerdings gibt es eine kleine Einschränkung, willst du was dazu sagen? Nee, das war bei dem anderen. Achso, nee, es gibt keine Einschränkung, frag away. Genau, da vorne, der Kandidat. Das scheint jetzt ein neues Geschäftsmodell für Banken zu sein, hast du mal geguckt, wie die dafür färben oder ob es da irgendwie Ausschreibungen für gibt oder wie das so dieses Geschäftsmodell funktioniert? Genau, also ich habe gerade nicht den Wortlaut im Kopf. Die Bank und das Bundesland Hessen sagen übereinstimmend, dass damit kein Geld gemacht wird, dass die keine Provision bekommen würden, sondern dass sie nur verdienen an der Differenz zwischen dem Moment, wo sie es bekommen und dann dem Moment, wo sie es verkaufen. Das ist beim Bankhaus Scheich so. Bei der Futurumbank hingegen, ich meine, dass es zwei Prozent waren, also die haben eine feste Provision, die sie, meine ich, veranschlagen dafür. Und soweit ich weiß, und das kann ich dir aber gar nicht die Details erklären, gibt es dafür keine Ausschreibung, sondern das war eine Kooperation, die damals einfach verhandelt worden ist und wo man sich, also ich meine, dass es dafür keine Ausschreibung gab, sondern dass das, weil es die Justiz ist, das selber in ihrem Ermächtnis liegt, das zu entscheiden, wie sie das abwickeln. Und dass das auch die Begründung ist, weshalb sie sagen, dass diese Verträge bisher nicht öffentlich sind, also dass man da nicht rankommt als Öffentlichkeit. Ich habe mal eine Frage, wenn der Beschuldigte freigesprochen wird, dann würde es ja eigentlich bedeuten, dass der seine Bitcoins zurückbekommen müsste, und zwar voll, also ohne diese Provisionabzug oder so. Ich weiß nicht, funktioniert das? Kriegen die dann das Geld komplett wieder? Also die Bitcoins komplett wieder? Das ist eine gute Frage. Ich würde denken, aber das kann ich dir auch nicht mit Sicherheit sagen, so wie ich es verstanden habe, würde, wenn es eine Notveräußerung davor gab, also wenn die Justiz Not veräußert hat, würde die Person, die vorher beschuldigt war, dann nur noch den Geld, den Gegenwert bekommen. Aber sicherlich absüglich, also müsste das sicherlich im vollen Umfang bekommen. Aber ich glaube nicht, dass sie Bitcoin wiederbekommen würde, sondern den Gegenwert in Euro. Also mir hat jemand mal erzählt, dass Ransomware-Zahlungen in Kursverlusten für Bitcoin versteckt werden von Banken in Deutschland. Was für Zahlungen? Ransomware-Zahlungen. Die tun so, als ob sie die Ransomware nie bezahlt haben und machen irgendwelche Geschäfte mit Bitcoin oder machen sie eben Verluste. Hast du davon was mitbekommen? Nee, war nicht Teil meiner Recherche, aber spannend. Ich frage zwischendurch noch mal, wenn ich jetzt meine Bitcoins dann verwalten lassen würde, welches Land würdest du mir empfehlen aufgrund deiner Recherchen? Naja, offenbar ist es richtig knapp geworden, war der Eindruck aus meiner Recherche. Also ich war ehrlich gesagt auch überrascht, dass sogar außerhalb der EU Kryptoverwahrer mit deutschen Behörden zusammenarbeiten. Sicherlich nicht überall, aber immer wieder. Also so wie ich das verstanden habe, wird ja im Prinzip vor dem Urteil werden ja die Kryptowährungen verkauft. Und ich fände das irgendwie so wild und interessant, also auch ein bisschen kontraintuitiv. Und ich frage mich, gibt es da auch andere Beispiele für? Wird da auch bei dem Goldraub oder so vielleicht Gold auch dann notveräußert im Vorhinein? Oder ist das eine Sache, die im Prinzip so nur im Kryptobereich passiert? Ich habe das noch nie gehört. Ja, also noch mal zur Richtigstellung, es ist nicht überall so. Es gibt Bundesländer, die gehen den Weg über die Notveräußerung, die entscheiden sich, sie verkaufen auch bevor es ein Gerichtsurteil gibt. Und das ist nicht nur bei Kryptowährungen so. Also die Justiz kann das entscheiden und begründen in Fällen, wo sie sagt, dass dieser Wert extrem volatil ist, also extrem anfällig für Schwankungen. Und das ist bei Kryptowährten definitiv so. Das wäre auch bei Rennpferden zum Beispiel so. Wenn ich ein Rennpferd sicherstelle und aber weiß, das wird jetzt alt und dann ist es nicht mehr viel wert, dann ist es besser, es jetzt zu verkaufen, um nicht den Wertverlust in Kauf zu nehmen. Also in der Sicht ist es, glaube ich, sehr enge Rechtsauslegung eigentlich. Also dass man einfach so, wie man auch in der Vergangenheit mit anderen Werten umgegangen ist, das jetzt halt auch auf Kryptowerte überträgt. Genau. Und das ist nicht in jedem Bundesland so. Super, danke schön. Danke für deinen Vortrag. Genau, genau, ja, bitte. Die Referenten sind auch noch nachher dort. Ihr könnt die dann an der Bar abfangen und mit euren Fragen löchern. Genau. Ja, danke.